Und einige sind gestern Abend bei der Eröffnungsfeier direkt baden gegangen. Auch der Bürgermeister. Es war nass und ... Mega. Wie Urlaub. Traumhaft. Auf diesen Tag haben die Bad Nauheimer gewartet. Nach zwei Jahren Bauzeit hat die Sprudelhoftherme die ersten Gäste begrüßt. Ich war auch traurig, als sie geschlossen wurde. Und jetzt erwarte ich natürlich eine schöne Sohle und einen schönen Entspannungsbereich. Ich bin heute extra aus Oberursel gekommen, weil ich meinen ersten Urlaubstag habe. Und dann dachte ich, bei dem schlechten Wetter, das ist doch eine schöne Gelegenheit, den Tag hier in der Therme zu verbringen. 800 Quadratmeter Wasserfläche sind verteilt auf mehrere Innen- und Außenbecken mit Bad Nauheimer Sohle. Im angrenzenden Saunagarten sind zwei Saunen in Betrieb. Eine dritte kommt demnächst noch in den Weizschen Turm der historischen Windmühle. Die Stadt hat 47 Millionen Euro in den Bau investiert. Die größte Investition, die der Kurort jemals getätigt hat. Und dementsprechend hoch sind die Erwartungen. Es ist nicht nur schön, sondern es ist ein Wirtschaftsfaktor. Also es wird die lokale Wirtschaft, den Einzelhandel, die Hotellerie, die Gastronomie befeuern. Es wird die Pension wieder voll machen. Wir sind schon touristisches Zugpferd in der Wetterau. Diesen Rang wollen wir behalten und auch noch ausbauen. Auch in Bad Vilbel steht ein Mammutprojekt an. 200 Millionen Euro soll die Thermenwelt kosten, bei der der Badespaß im Vordergrund steht. Rund 15 Fußballfelder groß. Es ist für die Vereine, für die Schulen wichtig, wieder Schulschwimmen anbieten zu können. Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die einfach sagen, ich gehe gerne schwimmen. Da brauchen wir schon ein entsprechendes Schwimmbad. Aber die Therme ist ja viel mehr. Das ist auch dann Urlaub vor der eigenen Haustür. Und von daher für unsere Stadt von großer Bedeutung. Und so soll sie aussehen. Die neue Therme in Bad Vilbel. Bereits vor drei Jahren war der Bauantrag eingereicht worden. Jetzt ist der Spatenstich für Herbst 2024 geplant. Ist das die richtige Zeit für solche Großprojekte? Corona, die Energiekrise und auch die Inflation haben es den hessischen Thermen in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht. Bad Salzhausen, Bad Hersfeld und Bad Wildungen sind dicht und Bad Emstal wird abgerissen. Doch die Nachfrage steigt wieder. Und das wollen die Städte Bad Nauheim und Bad Vilbel nutzen. Die Umsätze der Thermen haben fast wieder vor Corona-Niveau erreicht. Die Anfragen kommen aus teilweise Berlin, Brandenburg, aus Bayern. Wir sind echt überrascht, was für ein großes Interesse wir hier an unserer schönen Therme haben. Die Betreiber der Sprudel-Therme rechnen mit 300.000 Besuchern im Jahr. Das Tagesticket kostet für die Therme 29 Euro mit Sauna 33. Für eine kleine Auszeit zwischendurch. Werder die Abstablierung im Jahr 23.000 Besuchern im Jahr 23.000 Besuchern im Jahr 23.000 Besuchern im Jahr 23.000 Besuchern im slogan am 25.000 Besuchern im Jahr 23.000 Besuchern … Vielen Dank.